Ja Leute, willkommen zum 40. Part in Minecraft. Wer glaubt's denn nicht? Nur so eine Frage, aber es ist wahr. 40, 40, na klar. So hier schon in der Scheune. Naja, die was noch fertig gebaut werden muss. Und ja, wieder mal alleine. Und... Achso. Hey. Mein Weizen, wo ist mein... Hä? Okay. Das check ich nicht, aber okay. Ich weiß nicht, wo mein Weizen jetzt hin ist. Hä? Habe ich überhaupt Gamma auf 100? Irgendwie sieht's so aus, als hätte ich's auf 50. Einstellungen, Grafik, auf 100, okay. Naja. Na ja, nicht so schlimm. So. Nein, dann falle ich auch noch wirklich rein. So, ich mag nicht, dass... Wenn da ein Ungeziefer da reinkommt. Aha. Meine Bratkartoffeln. So, jetzt komm, legen wir uns mal hin. Also, ich glaube, ich muss wieder mal ein bisschen... Was... Jetzt komme ich mit einem Britney. Ja. Jetzt komme ich mitolymischer%. Ich bin mit von- digo... ICK- Also wenn ihr euch das 35. Part anguckt und ich in den Keller gehe, da war es sau wenig, nur die zweite Reihe und jetzt auf einmal zäck, sauviel. So, wir haben schon sehr viel gebunkert. Bunkert. Und also das ist schon mal Hammer, Hammer, dass wir so viel im Lohn haben. Und deswegen machen wir jetzt auch eine Scheune. Und, wo habe ich mein Schwert denn? Wo habe ich? Hä? Sorry. Nein, 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 beim Creeper, da gehe ich nicht raus. Garte, Junge, mein Mutti, meine Mutti, meine Mutti. Oh, der Kluat. Boah, Junge. Wo ist der explodiert jetzt? Achso. Ja, hinter mir muss ich auch mal ein bisschen aufpassen. Meine Mutti. Na, das sage ich jetzt lieber nicht. Würde ich machen, aber sage ich nicht. Na ja, wenigstens habe ich davon noch was, meine Bratkartoffeln. So, ist da drin in Young, was gespawnt oder so? Okay, du wohnst, meine Mutti, meine Mutti, meine Mutti, meine Mutti, meine Mutti, meine Mutti, meine Mutti. Das müsste dann schon so sein. Ah, okay. Ich tue jetzt ein paar Bäume fällen, außer mein Baumhaus. Den tue ich natürlich nicht fällen, weil wer ist schon so schlau und hat ein Baumhaus und man fällt den Baum. Also, wer es schon mal getan hat, ist ja nicht so schlimm, aber wenn man es dann mit Absicht macht, der ist dann wirklich dumm. Stimmt nicht. Wo habe ich mein Eisen hin? Da, 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 jetzt mal mal schneller. Na, da können wir noch lange warten. Und da unten sind auch, ähm, die Teile weg, ähm, die Melonen, deswegen habe ich die auch aufs Dach getan und bestimmt, jawoll. Blau. Bestimmt, ich habe ja auch nur noch einen, der mann. Stimmt, ja. Er hat den Baum gefällt. Oka hat mein Lebensbaum kaputt gemacht und Spaß hat er nicht, aber Nein, Hühner, nicht heute. Oh, nein. Schon wieder einer in der Luft. Wow, wieder ein neuer Rekord. Wirklich? Oh, das ist jetzt so schlimm. Und ich werde jetzt auch dieses Haus abreißen, weil das brauchen wir nicht. Wer braucht eigentlich das schon Haus? Naja, dieses Haus reiß ich nicht genau auf, aber, ab, aber, naja, okay. Wartet mal kurz. So, bin wieder da und Ah, vielleicht mal, nein, nicht dahin, dahin, genau. Guter Junge, du machst das richtig. Also, ich muss dir jetzt ganz kurz den Nieser rauslassen und Dankeschön für die Spende. Die habe ich wirklich nicht gebraucht. Obwohl, doch, die brauche ich. Aber meine Nase ist jetzt zu. Boah. Alter. Und wir werden jetzt auch den Gedächtnisstand nochmal abbauen. Weil wir haben einen Gedächtnisstand gebaut, gebaut. Ähm, da vorne ist es schon, da wo das Schweinchen ist. Also alles in der Nähe. Und das ist ein falscher Baum. Und den werden wir abreißen. Weil das ist so ein großer Baum. Und deswegen reißen wir ihn ab. Und jawohl. Jawohl, jawohl. Und dann? Und dann, wenn du so ein Mensch vorst. Und du bist, wirst du chrisch? Du bist ja und du. Wird dein Leben so ein bisschen assistieren. Und du bist du? Ja, du bist. Ja, du bist. so hoffentlich hat er das baby nicht so doll gehört also in den letzten aufnahmen weil ja also ich hoffe es nur das ganze auch mit 16 müssen zwei davon weg und was ist mit dem anderen so wenn hier ein creeper einschlägt post mahlzeit nein ich habe noch weg aus diesem schraub So, das ist jetzt dieser richtige Baum, selbst gemacht, ja, und, da geht's raus, und, ja, da machen wir jetzt ein Schild rein, technisch dran, und auch eine Fackel rein, und, jawohl, dann, äh, ich meine, ja, ja, eine Frage an euch ist, ähm, also, ihr könnt es in die Kommentare schreiben, ihr müsst aber nicht, weil ich sag ja die ganze Zeit, also, meistens sag ich, ähm, ja, ja, also, halt das Jahr, und, ähm, ihr könnt in die Kommentare schreiben, könnt, ob ich das nicht mehr sagen soll, oder ob ich's machen darf, naja, ich glaub, ich darf's eigentlich schon machen, aber, ich meine nur so, und, und, ja, äh, sowas, so, jetzt geh ich erst mal schlafen, und, dann sag ich damit schon, tschüss, bis zum nächsten Part in Minecraft, ciao! Ciao!